willkommen zurück wir schauen uns heute in der finanziellen bildung das haushaltsbuch an das bedeutet wir wollen heute uns ja gemeinsam erarbeiten was ist ein haushaltsbuch und wie baut man es am sinnvollsten auf kommen wir kurz zu den grundlagen also für was ist ein haushaltsbuch gut wir wollen unsere einnahmen unsere ausgaben in einem überblick zusammenbringen um herauszufinden was haben wir am ende des monats denn planmäßig übrig und welchen teil dieses geldes können wir nutzen um eben investitionen zu machen um ein vermögen irgendwann aufzubauen was gibt es denn so für haushaltsbücher man kann hier unterscheiden zwischen brutto und netto haushaltsbücher brutto haushaltsbücher wären ohne die steuern das bedeutet also ihr nehmt euer gesamtes bruttoeinkommen und rechnet dann auch die steuern bei den ausgaben mit dazu das hat den vorteil dass ihr auch seht was an steuern anfällt und wo ihr gegebenenfalls bei den steuern optimieren könnt ist allerdings etwas komplexer weil ihr euch dann schon mit der steuer auseinandersetzen müsst was ja bei uns jetzt hier in dieser reihe etwas später passieren wird für den anfang wäre ein netto haushaltsbuch sinnvoller da bekommt er erst mal selber einen überblick was überhaupt rein kommt und mit denen zahlen könnte natürlich auch rechnen weil die steuern kommen ja immer die gehen ja immer ab deswegen würde ich für den anfang ein netto haushaltsbuch empfehlen was listet man da im haushaltsbuch so auf die festen und die variablen beträge das heißt ihr könnt sowohl auf der einnahmen als auch auf der ausgabenseite feste beträge haben die monatlich entweder immer rein kommen oder monatlich dann auch rausgehen ihr könnt aber auch variable beträge ja haben was vielleicht nur alle drei monate mal passiert halbjährlich und so weiter oder was einmal einnahmen und einmal ausgaben sind beziehungsweise schwankende ein- und ausnahmen und dann kommen wir auch schon zu diesen variablen beträgen so ein bisschen versucht diese variablen beträge die sich ändern oder die nicht regelmäßig monatlich kommen auf monatliche beträge herunter zu rechnen und schreibt die mit in dieses grundhaushaltsbuch hinein das bedeutet allerdings auch dass man diese beträge kennzeichnen sollte also wenn ich jetzt einen zum beispiel halbjährlichen versicherungsbetrag bezahlen muss dann würde ich den fürs haushaltsbuch durch sechs teilen um ihn auf einem monatlichen kosten herunter zu rechnen würde das mir aber markieren im haushaltsbuch um gegebenenfalls diese sechs monate anzusparen also auf die seite zu legen damit ich dann diesen größeren betrag dann auch zur verfügung habe und ihn nicht schon teilweise ausgegeben habe durch konsum oder durch andere investitionen deswegen wichtig das markieren dass es eben beträge sind die viertelhalb oder jährlich zur verfügung stehen oder eben ausgegeben werden wenn man dann ein haushaltsbuch anfertigt würde ich empfehlen dass man zuerst mit einem manuellen haushaltsbuch beginnt das kann sein auf papier dass man sich das wirklich aufschreibt oder zum beispiel in excel manche machen das auch in word wichtig hierbei ist man hat mal sämtliche seiner kosten aufgeschrieben manuell wirklich aufgeschrieben weil dann durchdringt man auch den den wert der dahinter steht und die zahlen und hat man ein gespür was geht denn jetzt so wirklich von dem konto ab und was kommt denn rein das wäre das wichtige wenn man dann sein haushaltsbuch aufgeführt hat einmalig dann kann man hergehen und sagen ich möchte jetzt ein aktuelles haben was sich monatlich an meine beträge anpasst und da gibt es die sogenannten digitalen haushaltsbücher da kann man einfach bei seiner bank mal anfragen wenn man das machen möchte und die kann so ein haushaltsbuch für einen einrichten da werden dann automatisch beträge die eindeutig zugeordnet werden können von den bewegungen auf dem konto in dieses haushaltsbuch übertragen und am ende spuckt ein das haushaltsbuch aus wie viel beträge sind denn am monatsende noch zu zur verfügung wer das nicht möchte kann halt auch mit dem manuellen haushaltsbuch weiter vorangehen und was auch wichtig ist inkludiert nicht nur die kontobewegungen in euer haushaltsbuch versucht auch größere bargeld bezahlungen mit einzubeziehen weil die habt ihr ja genauso getätigt deswegen auch diese mit einzubeziehen man muss es nicht auf den cent genau machen aber so eine grobe richtlinie sollte dann schon drin sein sei es zum beispiel der morgendliche coffee to go was einige machen der dann im monat wenn man den sich 20 tage in der woche auf dem weg zur arbeit gönnt der dann im monat auch schon einen größeren zweistelligen betrag ausmachen kann ok das zu den grundlagen vom haushaltsbuch und jetzt schauen wir doch mal wie können wir denn das haushaltsbuch so ein bisschen aufbauen das sind jetzt einfach nur ein beispiel es kann jeder selbst entscheiden wie er das gern für sich anordnen möchte ich gebe hier einfach mal eine instruktion wie ich es selbst für mich gemacht habe und wie ich es weiter empfehlen kann auf der einen seite würde ich die einnahmen auflisten was können denn alles einnahmen sein natürlich der größte klumpen oder die größte position in den meisten fällen wird euer gehalt oder euer lohn sein der kommt ja hoffentlich mal regelmäßig jeden monat aufs konto ein den könnt ihr dann einfach hernehmen und können ins haushaltsbuch eintragen hier wäre es auch wichtig zu sehen dass diese dieser lohn oder dieses gehalt regelmäßig steigt zumindest mit der inflation mit steigt am besten noch über die inflation hinaus das wird nicht in jedem jahr möglich sein aber auf eine längere sichtweise sollte das das ziel sein wirklich diesen diesen beitrag diese position möglichst gut zu steigern was könnte noch so einnahmen sein wenn ihr eine immobilie habt und die vermietet könntet ihr mieteinnahmen generieren die ja zusätzlich zum gehalt und lohn sind oder ihr lebt die ganze zeit von der vermietung von immobilien dann ist das eure haupteinnahmequelle wenn ihr später mal investiert seiten unternehmen und die schütten dividenden aus kann das auch als einnahmen gelten das wird gerade am anfang werden das bloß ein paar cent beträge sein aber je nachdem was ihr für werte im aktienmarkt drin habt kann das auch als einnahmen gelten für ältere menschen natürlich dann auch die rente sobald gehalt und lohn wegfallen man ins rentenalter eintritt dann wird die rente die haupteinnahmequelle oder eben pensionen je nachdem welchen beruf ihr hattet zinsen könnten auch noch eine möglichkeit sein jetzt gibt es ja teilweise wieder welche wäre auch eine art von einnahmen und was man auch nicht vernachlässigen sollte wäre so was wie der steuerbescheid je nachdem wie viel ihr zurückbekommt kann man das ja auch als einnahmen herunterrechnen und wenn man sich anschaut je nachdem welche werbung man manchmal sieht dass man um die 1000 bis 1200 euro im durchschnitt natürlich viele werden es weniger haben manche mehr aber dass man diesen betrag so im durchschnitt erhält dann kann man das runterrechnen sind ungefähr auch 100 euro im monat die man von der steuer wieder zurück erstattet bekommt und dann natürlich sollte man irgendetwas erfunden haben sollte man ja zum beispiel literarisches werk haben da gibt es verschiedene möglichkeiten wo man auch noch kleinere beträge als einnahmen bekommen kann wichtig bei solchen einnahmen sind dann natürlich dass ihr darauf auch steuern bezahlen müsst das heißt ihr werdet dann verpflichtet eine steuererklärung abzugeben und das mit in der steuererklärung einzutragen aber zu dem thema steuererklärung kommen wir später noch mal es gibt noch viel weitere einnahmen hier nur mal so ein grober überblick also ganz spezielle einnahmen kann es dann immer noch geben kommen wir mal zu den ausgaben da würde ich kurz noch was splitten und zwar zwischen diesen fix kosten also den festen kosten und den variablen kosten was könnte man so als fix kosten eintragen als fix kosten definitiv so was wie die miete die miete wird sich im höchsten fall nicht so schnell ändern und wir sprechen jetzt hier von zeiträumen von einem jahr man sollte das haushaltsbuch ungefähr einmal im jahr zumindest aktualisieren wenn man es nicht monatlich immer wieder einträgt sondern sich den überblick verschafft wie es vor einem jahr mit den ausgaben war und dann in einem jahr wieder aktualisiert innerhalb eines jahres ist es in den meisten fällen so dass die mieten da konstant bleiben die eigene miete beim strom das gleiche man hat ja seinen abschlag vom strom beim stromanbieter das heißt der bleibt meistens über ein jahr konstant und dann muss man zusehen ob man eine nachzahlung hat oder eine rückerstattung die kann man dann als variable kosten zum beispiel mit aufführen aber die stromkosten sind ja in dem fall konstant für das jahr das gleiche gilt fürs wasser bezahlt man ja auch immer sein sein abschlag das gleiche auch für die heizung also solche sachen sind ja komplett konstant für ein jahr zumindest bei den versicherungen ist das ähnlich man bezahlt hier entweder monatlich versicherungen aber auch viele versicherungen bezahlen viertelhalb oder gar jährlich damit ist dann der betrag quasi über dieses jahr konstant und das kann man dann immer runter rechnen auf den monat abonnements von verschiedenen arten sind auch in der regel für ein jahr konstant also das würde ich dann auch als fix kosten zählen weil die stehen ja auch fix immer an so dass man quasi ja immer die gleichen kosten aufbringen kann und dann geht es natürlich noch weiter mit so was wie internet und das telefon die haben ja im normalfall eine flat rate die monatlich beglichen wird und damit habt ihr dann auch fix kosten die sich eine lange zeit nicht ändern und die regelmäßig anstehen bei den variablen kosten ist das ein bisschen anders also variable kosten kann man einmal einteilen in kosten die nicht jeden monat anstehen und die auch nicht regelmäßig runter gerechnet werden können und auch die sich sehr stark schwankend auswirken zu solchen kosten würde ich vor allen dingen zählen wenn man die nahrungsmittel einkauft die kauft man zwar regelmäßig ein aber es kann ja gut möglich sein dass man verschiedene einkauft und nicht immer exakt das gleiche bezahlt exakt das gleiche einkauft das gleiche ist wenn man in restaurants essen geht das muss ja nicht immer regelmäßig einmal die woche oder so sein das kann ja zeitversetzt sein wenn das bei euch komplett regelmäßig ist kann das auch in die fix kosten rein schieben das sind jetzt einfach nur begriffen mobilität das gleiche viele werden natürlich wenn sie mit dem auto zur arbeit fahren oder ein bus ticket haben das quasi als fix kosten haben man kann aber das auch als variable kosten sehen wenn man zwischendurch trotzdem noch mal unterwegs ist und dafür höhere kosten dann verursacht freizeit alles was ihr in eurer freizeit macht mit hobbys mit anderen aktivitäten kann natürlich variable kosten verursachen die man nicht direkt abschätzen kann auf den cent genau die man aber sich ein grobes polster schaffen kann zu sagen okay ich möchte gern 100 euro im monat oder 200 euro je nachdem was ihr für finanzielle möglichkeiten habt für meine freizeit ausgeben und mit diesen mengen kalkuliere ich dann kann es gut sein dass sondern ein monat anstatt 200 euro nur 80 ausgeben weil es eben nicht so viel freizeit möglichkeiten gab schlechtes wetter hatte viel zu tun und so weiter auf der anderen seite habt ihr vielleicht dann mal einen monat wo er 250 euro ausgeben weil er eben häufiger mit in der freizeit unternehmungen gemacht hat dann natürlich ein großer posten für variable kosten sind reparaturen oder ersatzgeräte wenn irgendwas kaputt geht wenn irgendwas ersetzt werden muss das sind sehr starke variable kosten da kann eine ganze zeit lang gar nichts kommen und dann kommt man in riesiger posten wo dann gleich ein hoher dreistellischer betrag zum beispiel rein muss auch vom auto reparaturen und so weiter das sind variable kosten wo man sich dann am besten mal her nimmt was ist denn im letzten jahr alles so angefallen an unvorhersehbaren variablen kosten für reparaturen zum beispiel und rechnet das grob runter auf monat macht noch eine sicherheitsmarge von zehn oder zwanzig prozent auf dem betrag drauf und das würde ich dann auch in das haushaltsbuch eintragen dann natürlich feiern und geschenke das bedeutet ihr habt ja immer mal geburtstags feiern ihr feiert so mit freunden und bekannten ihr kauft geschenke zu weihnachten das kann man vom zeitlichen her gegebenenfalls bisschen planen von den kosten her eher schwierig deswegen da auch ein eher grober betrag nehmt da immer ruhig ein bisschen mehr was ihr machen könnt dann habt ihr den positiven effekt dass ihr am ende doch mehr übrig habt als geplant und können das dann eben sinnvoll nutzen als geld als wenn ihr zu engstirnig plant und dann seht ohne es reicht ja gar nicht und dann natürlich noch unvorhergesehene ereignisse das zählt ein bisschen in die reparaturen hinein kann aber auch noch andere sachen haben wie zum beispiel das eben zusätzliche kosten auf einmal ins land kommen mit dem man überhaupt nicht gerechnet hat im schlimmsten fall so was wie schicksalsschläge und so kann man schwierig voraussagen wird aber in einen sogenannten notgroschen dann enden den man sich dann noch ansparen muss zu dem kommen wir gleich wenn ihr dann alle eure einnahmen und ausgaben mal aufgelistet habt dann macht er einfach eins ihr nehmt die summe der einnahmen zieht die summe der ausgaben ab und schaut mal ob was übrig bleibt seite im minus nach dieser auflistung seite im plus wenn er im plus seit wie viel seite im plus wenn er im minus seit dann müsst ihr euch natürlich gedanken machen was kann man hier irgendwie verändern um ins plus zu kommen weil ansonsten lebt ihr natürlich von euren ersparten oder im schlimmsten fall müssten den kredit dann aufnehmen der hohe rente zinsen verlangt und dann wird es natürlich ziemlich schwierig das bedeutet ihr müsst dann schauen kann ich bei den einnahmen irgendwas noch generieren um die einnahmen seite zu erhöhen was für kurzzeitige änderungen dieser gleichung einer minus ausgaben meistens etwas schwierig ist oder kann ich bei den ausgaben irgendwas verbessern das bedeutet bei den versicherungen was optimieren unnötige abos irgendwie kündigen die ich nicht benötige muss ich mich gegebenenfalls doch in der freizeit etwas einschränken oder muss eines der geschenke mal etwas kürzer gegriffen werden bei miete strom wasser und heizung wird es eher etwas schwierig da zu optimieren weil das ja sowieso fix kosten sind die sich erst im nächsten jahr dann auswirken können und auf manche fix kosten habt ihr ja auch gar keinen einfluss wie zum beispiel die miete in den meisten fällen aber da muss man dann schauen wie man am besten das optimieren kann wenn jetzt was positives übrig bleibt dann würde ich sagen der betrag ist fürs sparen also das kann man sich ansparen und für was kann man dann dieses angesparte kapital was man zur verfügung hat am ende eines monats nutzen da gibt es drei große gebiete das erste wäre natürlich man gibt es aus und konsumiert irgendwas damit ist das angesparte dann weg man hat kurzfristig jetzt sich was gegönnt und hat dann im nächsten monat wieder die gleiche situation weil man quasi bei null anfängt also null gut haben oder null vermögen und kann dann wieder entscheiden was macht man damit eine andere möglichkeit was sehr wichtig ist ist dieser notgroschen was ist der notgroschen das ist quasi eine geldreserve die man sich aufbaut um sowas wie diese unvorhergesehenen ereignisse oder reparaturen aber auch ja größere investitionen die man irgendwann tätigen muss oder möchte abstimmen zu können der notgroschen sollte im idealfall zwischen zwei und drei netto monatsgehälter betragen das bedeutet ihr schaut auf eure gehalts- oder lohnabrechnung seht euren monatlichen betrag und auch dieser betrag wird dann quasi auf euer konto überwiesen und die zahl nehmt er einfach mal zwei oder mal drei und den notgroschen baut ihr euch als erstes auf das hat auch ein beruhigendes gefühl weil dann wisst ihr wenn mal die waschmaschine kaputt geht oder wenn ihr eine größere reparatur am auto habt an der wohnung am eigenen haus wenn irgendwas mal passiert und ihr müsst schnell an liquide mittel an geld rankommen um das zu beseitigen das problem dann wisst ihr ich habe den notgroschen in der hinterhand und kann den nutzen deswegen ist es wichtig nicht so schlimmer als wenn ihr was unvorhergesehenes erlebt und müsst dann dafür einen kredit aufnehmen und hohe zinsen dafür bezahlen wenn ihr den notgroschen dann habt und habt immer noch was übrig am monatsende und sagt euch okay ich möchte jetzt nicht alles konsumieren sondern ich habe einfach noch was übrig was ich nicht ausgebe dann kommen wir in die sparte der investitionen dann kann man sich überlegen wo möchte ich dieses kapital investieren was ist mein ziel bei der investition langfristig gesehen und welche strategie kann man dann anwenden um aus dem investierten kapital den größtmöglichen nutzen heraus zu bekommen das wird dann eines der späteren videos wo wir uns dann im investieren tiefer in die materie einarbeiten gut das ging ganz schön lang heute mit dem haushaltsbuch und mit der auflistung ich hoffe euch hat das video gefallen und ihr seid auch beim nächsten mal wieder mit dabei wenn wir uns weiter um unsere finanzielle bildung kümmern werden bis zum nächsten mal ciao